Ich sammle Luzern-Müllansetzungs-Schutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Willkommen zu meinem heutigen Video. Heute stelle ich euch eine Möglichkeit vor, wie ihr mich gratis unterstützen könnt. Auf der Seite ampuls.ch kann man Umfragen beantworten zu Marketingthemen. Für jede Anmeldung bekomme ich 500 Punkte auf mein Konto, was 5 Franken sind. Und wenn du dich über den Link in der Videobeschreibung anmeldest, bekommst du auch direkt 200 Punkte, was 2 Franken sind. Man kann sich hier anmelden und eine App herunterladen, vor allem beantworten, Punkte insgesamt dann in Geld umwandeln. Und ich habe das auch schon eine Zeit lang gemacht. Dort hat man so etwa eine Umfrage pro Woche und mit der Zeit, die man dafür investiert. Und das Geld, das man bekommt, ist also etwa ein Stundenlohn von ungefähr 30 Franken, was eigentlich nicht allzu schlecht ist. Wenn man zum Beispiel noch in der Ausbildung ist, vielleicht pro Woche 2-3 Franken zusätzlich. Aussagen kann man das Geld ab 30 Franken. Mitmachen kann man hier ab 15 Jahren. Nächste Woche zeige ich euch noch eine neue Möglichkeit, wie ihr mich gerade so unterstützen könnt.